willkommen ihr lieben zu der letzten folge vor weihnachten clash of clans mit mir dem torsten ein stimmt gar nicht ist gar nicht die letzte folge es ist erst mal die folge jetzt auf dem heiligabend bevor ich es vergesse das habe ich meinen zuschauern gestern abend auch gewünscht wünsche ich euch ein frohes weihnachtsfest euch und euren liebsten familien freunden angehörigen und sonstigen lasst euch reichlich beschenken mit viel viel lot egal ob mit clash of clans oder in im realen leben aber ich denke mal es geht eigentlich nichts über gesundheit glück will ich gar nicht mal so sagen sondern eher über über gesundheit aller das ist eigentlich das würde ich mal so sehen das schönste geschenk was man was man haben kann oder jemand geben kann oder was auch immer weil letztendlich geschenke kannst du dir selber kaufen und man schenkt sich das ganze jahr irgendwie irgendwas verschenkt man ja immer aber immer zu diesem weihnachten aber trotzdem wünsche ich euch ein paar besinnliche tage macht euch macht euch gemütlich auch bei mir im streams ab 25 26 ab da gehört lassen wir ausfallen ab 27 dann wieder in der nach weihnachtszeit und dann würde ich sagen sehen wir uns ganz stabil auch in weiteren videos von mir wie gesagt frohe weihnachten leute tschüss und ich gehe jetzt auch zum guten braten essen tschau tschau